Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Emily McClubber. Heute bin ich mal auf meinem zweiten Account, und zwar auf dem Account Luna Candlefish. Ähm, genau. Ich weiß nicht, wieso ich den Luna Candlefish genannt habe, aber ja, das hätte ich schon mal lieber lassen sollen. Also, ich werde euch den jetzt mal einfach vorstellen. Ich glaube, ich habe 200 Stuggles-Werte. Ich weiß nicht, ob ich die sparen. Und bis Samstag warten soll, werde ich mir, glaube ich. Ne, schon ist dann... Das haut nicht hin mit einem neuen Pferd, glaube ich. Also, ich müsste jetzt, glaube ich, Star Rider sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich gucke jetzt einfach mal in meinen Heimatstall, was ich da so für Pferde habe. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich war lange nicht mehr... Oh, yo, ich habe nur dieses Pony hier. Ja. Mal gucken, ob ich hier irgendwann noch Star Rider werde. Ich darf auf jeden Fall... Vielleicht hole ich mir immer für einen Monat oder so. Das können wir ja mal gucken. Ich werde mir jetzt mal ein neues Outfit gönnen. Was ist das denn, bitte, Leute? Also, jetzt mal... Ich gucke mal, was es hier so gibt. Also, ich finde das beige. Ich weiß nicht, wieso ich mir das beige... Ach, ab Spieler-Level 9. Deswegen wahrscheinlich nicht. Das tut weh. Das tut weh. Das tut echt weh. Ähm. Ach, yo. Oh, deswegen... Ah, ja, Leute. Jetzt kann ich das ja verstehen, dass ich mir das nicht holen kann. Äh, ja, ich werde jetzt mal gucken, was ich mir vielleicht noch kaufen kann. Das sage ich jetzt mal hier in den Schnellshop. Ich... Oh, lol. Jetzt bin ich hier... Oh, nein. Tutorial überspringen. Ich kenne das schon. Okay. Ich möchte gerne für meinen Reiter erst mal was holen. Irgendwas, was ich mir jetzt schon holen kann. Irgendwas Schlichtes. Bitte, ich möchte irgendwas Schönes haben. Vielleicht was Blaues. Leute, mein Gott. Ich habe 200 Starcoins zur Verfügung. Oh, die Handschuhe. Äh, was sind das denn für welche? Okay. Ich glaube, die hole ich mir erst mal. Mein Gott, Leute. Neun Starcoins. Ich glaube, erst mal diesen Reiter. Den finde ich schön. Ich ziehe mich jetzt mal so an wie so ein kleines Reiter-Girl. Oder gibt es nicht noch irgendwelche schönen Reitschuhe? Nur solche, Larry. Ne, dann lasse ich meine Standard mal an. Das Overtail, das hole ich mir, glaube ich, auch. Ähm. Okay, jetzt habe ich nur noch 170 Starcoins. Leute, jetzt muss ich schon mal gucken, was ich mir holen soll. Fürs Pferd. Pfff. Äh. Genau. Irgendwas Passendes auf jeden Fall. Oh, was sind das denn für Bandagen? Oh, das geht ja gar nicht. Okay. Viel zur Verfügung habe ich jetzt auf jeden Fall nicht. Finde die Shop-Racke ganz gut. Äh. Ja, die kann man sich mal zulegen. Alter, wie teuer. Ähm. Dekoration. Weil die mich eigentlich komplett... Äh. Vielleicht die passen ganz gut. Gibt es noch irgendwelche anderen zum Thema? Ja, guck mal gucken. Oh Gott. Prischt man ja Augen, Krebs. Was ist denn das denn? Ihh. Leute. Was ist das? Oh Gott, das ist so ungewohnt. Ich meine, mit Level 18 hat man ja alles. Da kann man ja alles kaufen. Oh, ich nehme die jetzt einfach mal. Mein Gott, 30 Star-Coins, ne? Gibt es irgendwelche Sättel, die ich kaufen kann? Irgendwelche schönen. Schön, Leute. Schön. Ich will... Oh, was ist das? Ich bitte dich, Star-Sable. Ich hole mir einen weißen Speisler. Ja, der sieht mal ganz okay aus. Mein Gott, 33 Star-Coins. Und jetzt nur noch ein passendes Zahnzeug, was ich mir leisten kann. Bitte in schwarz. Ja, ich schau keine Star-Coins mehr. Schön, Lena. Ja. Schön, Abby. Hast du toll gemacht. Was ist das denn? Die kannst du dir doch holen. Ja, perfekt. Haben wir doch mal ein Outfit, Leute. Mein Gott. Guckt mal. Ich habe so richtig geile Sachen gekauft. Guckt mal jetzt so vom Anfi zum richtig geilen Model. Leute, das sieht doch mal schon viel besser aus. Ich bitte euch. Okay. Die Bandagen passen nicht ganz dazu. Aber ich glaube, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen erkunden. Wir erkunden jetzt mal ein bisschen Jorik. Ich meine, ich kenne Jorik in- und auswendig. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen gucken, ob ich jetzt doch noch Anfi so toll, Leute. Ich hatte auch mal so ein Anfi. Aber noch ein brauner. Also noch stärkere braun. Ja, und kein weißen Schimmel. Please. Oh mein Gott. Kann ich? Kann ich zu Steve? Oh mein Gott. Ernsthaft? Ich habe doch den Code eingelöst. Wollen die mich jetzt verarschen? Leute, ich habe den Code eingelöst. Und ich kann nicht zu... Ja, moin. Was ist das denn? Kann ich den hier nicht ziehen? Oh, Scheiße. Das ist die... Nee, ich habe jetzt keinen Brauch. Hä, Leute? Ich habe doch... Ich habe den Code noch eingelöst. Ich schwörs euch. Ich habe den Code eingelöst. Mit meinem Handy. Auf diesem Account. Und ich kann... Alles klar. Wir können wenigstens checken, ob wir das hier machen können. Ja, das werden können. Hä? Aber ich verstehe gerade nicht, wieso wir nicht nach Tingans können. Nach Steve. Das ist ja ein Star Rider Gebiet. Ich check's gerade nicht. Und... Oh... 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 Hä, Leute? Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich habe nämlich den Code eingelöst. Und dafür kriegt man sieben Tage Star Rider. Das Ding ist, wo ich online kam, stand da auch nicht. Du bist ein Star Rider. Da stand noch, werde ein Star Rider. Vielleicht hat der Code nicht richtig funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch gerade nicht sagen. Oh... Oh... Ganz schön... Oh... Gerissen. Ja, Leute. Mein Gott. Na, komm. Das Fertige muss auf jeden Fall noch viel lernen. Pass. Ne, aber ich check's jetzt wirklich nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen gelse. Mein Gott, ich habe Stahlhilfe. Okay, Leute. Ich hoffe, dass euch das kleine Video trotzdem gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich selber ein Like und ein Abo freuen. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.